so okay normales match legende war und option können wir ja noch mal ich zeige es euch noch mal für die die nicht da waren options einstellungen legendär wie nehmen wir denn jetzt mal ihr habt ja nicht noch mal zu nö wir haben auch kein bezahl noch nicht wir sind hier auch free user ganz auch glaube ich die qualität einstellen oder was privater ist durch mit der welt wo ist das club ist ja nicht so dass ich vorgefährte halben stunde dort auf der hütte war so also normales match wie immer denn mal ach ja wenn du mal hier ja klar mit manager nein kein okay wer will wie immer dann als gegner und er gibt mir keine antwort dann wähle ich wohl macho mann da kommen wir so wir haben wenigstens ganz klein vorteil aber jetzt ein manager zufall ja so ist es zu spät gelesen ist jetzt wurscht wird das ist ja wohl die park lesner alter was wir sollen gegen park lesner antrieben ja klar nackt oder was mit verkehrt rum controller und ohne kabel umhalte das kannst du doch wenn du umdrehst besser und dann sehe ich doch was ich habe ich hab die blocktaste jetzt hast du die blocktaste tatsächlich du bist zu langsam du weißt du musst jetzt erstmal ausruhen zweimal kratzen dann ausruhen ach so mein der gerät nur am jammerdeck von wegen der gerätschnitt dann machen wir mal ein bisschen platz hier der dünne muss auch hier rein sonst lege ich mich hier in die schublade was ist denn macho mann wer ist das denn wer hat den denn ich oder was ach so wir spielen mit macho mann gegen brock lesner nein ich hab da nachher erst gelesen ach so ja da müssen wir da nachher machen das steht zufall brock lesner came der macho mann sieht ja total kacke aus ist der eigentlich auch schon tot ja ach nein gegen honky tonk meint oder was lecken am arsch ehrlich jetzt das ist unser gegner oder oder sind wir das wenn ich dir mein macho mann dachte dass wir das sind das ist das natürlich der gegner dreh da einfach den controller rum also ich muss jetzt was kann ich eigentlich machen nur laufen ne ja der controller ist falsch rum musst du mal gucken was du machen kannst ja ich sag ja laufen und jubeln ich kann laufen oh da steht was also grafik ist schon nice muss ich dir sagen wir haben nur 720 nachher im stream haben wir das hochladen ist 1080 ne auch nicht es bleibt so es bleibt bei der 720 aber ist gut die grafik nicht die qualität die grafik ja heißt das 720 oder nicht die grafik ist das was man sieht warte 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 stopp ich muss kurz gucken was raus steht L L2 ne was ist L2 achso aus dem Käfig gehen ok ja gut das war Käfig mit ja ja Leute achso wir müssen hoch halten wir sehen ja nix dann seh ich nicht ich auch nicht mir scheißegal tu jetzt was dann war ich doch schon mach mal was ach nee das bin ich ja der Mensch ist dick wir sind zusammen du musst nicht als Gegner funktionieren was machst du doch ich kann nichts mach doch hör wir sind nicht im bild ja das ist doch die Idee wir haben jetzt zur zweiten Person oder dann schaffst du doch achso es war so es war so gut es war so wichtig ja ich spiel du hast du bloß nicht ich konnte ich wollte aber so habe ich dir jetzt eigentlich die scheiß Blockkast drückt 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 du musst kämpfen und die Blockkast ich kann nur laufen du kannst wo noch weiter du bist doch nicht achso wir sind vier durchdringen hör doch mal auf wir sind soviel haben sie sich ja schön weil wir wollen ja wir müssen hat er kommt geil an her was gewonnen was gewonnen was 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 du 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 hast du er ist der mit der Sexy Pippenunterhose das soll wissen das ist die Zwischenzeit der hat normal muss auch gut muss auch drücken ich muss das noch keinem sich überbluten hat das Wort ja die sich hinlaufen in der Luft das ist die Städte Blödsinn mal immer laufen, hinlaufen. Seid ihr beheiratet? Nein. Ihr habt die Challenge gestellt. Challenge? Ja, sag ich doch. Ihr habt gesagt, wir sollen das machen. Jetzt lässt doch nicht. Ihr könnt lachen, aber nicht lachen. Du bist so warm, du klebst. Ich glaube, bist du gut kack. Ich kann nichts machen, ich bin traurig. Ich kann nur hin und her laufen. Ja, komm. Ach so, das ist ja wieder meine Taste. Drück jetzt, tu es. Sei mein Mann. Komm, L2 zu beschleunigen. Ich beschleunige. Ich hab beschleunigt. Ich war der Beschleuniger. Hast du nicht gesehen, wie ich beschleunigt habe? Ach so, da willst du hin, oder? Ah, hau ihn jetzt mal um. Ja, ja. Ich kann doch mit einem Arm spielen, das ist echt witzig. Aber ich brauch die andere Taste gar nicht da unten. Ach, ich bin weggelaufen. Drück die Eck. Schön. Ich bin weggelaufen. Das ist immer hier die ganze Arbeit, ja? Ja, ich auch. Ich bewege ab und zu mal den Controller. Haha, ich hab den... was? Ich hab gar nicht saßen. Ne, nur geschrieben, ja. Der Onkel lässt, der Onkel lässt sich wieder rücken. Ich reiß da gerade, ich reiß da gerade das Fenster mal breit aus. Das ist doch wagen zu mir. Ich bin breit. Ich dachte, das im Bild ist. Onkel, du musst spielen. Boah, warum müssen wir nicht die Scheißkontrolle auch falsch rumhalten? Der hat nur die große Fresse da vorne. Ja, du, ja. Ich muss nix machen, ich muss nur laufen. Ich hab die schwerste Aufgabe. Nein, nein, nein. Ja, der Onkel wird da zu schocken. Wir müssen ein bisschen höher. Du bist schon wieder mit dem Pantor. Ich bin, du siehst doch, dass wir im Bild sind. Mann, ich geh nicht ein bisschen höher. Haha. Und das hat Onkel, du darfst aber tun, ne? Boah. Boah, halt dich Fresse. Onkel, du bist mit mir wrestling und darfst aber tun. Boah. Ich kann nicht mehr, Leute. Das ist zu viel, ey. Ich muss hier die harte Aufgabe machen. Verdammt nochmal laufen. Und der Onkel, der muss nur ein bisschen kämpfen. Und das kann er nicht. Haha. Ich sollte ein bisschen da drangehen, oder? Dann machen wir es ja. Ja, ich darf ihn bewegen. Du drückst sofort. Ich komm gar nicht zum Laufen. Warte, ich geh hin. Achso. So, jetzt mach mal ein Cover hier. Einfach so Spaß. Ne, mach mal ein Finisher. Müssen wir dann vom obersten Ring sagen, oder? Was ist das denn für ein Beinverbeuger? Du bist das, ja. Du musst beschleunigen. Ich beschleunige. Boah. Ich hab beschleunig... Mein Gott, der hat nichts zu tun. Ich kann ihn mal beschleunigen. Ich kann ihn beschleunigen. Aber auch was hat er so. Ja, wir können Wunschmatche äußern. Also, was wir machen, wir machen. Wunschmatche, sowie auch Challenges, wie eben den Scheißgarten. Ja. Drück jetzt X, ja. Ja. Bei mir konntest du auch mit einem kleinen Findelzipfel. Hab ich doch gemacht. Ja, gut so. Du bist nicht mehr im Bild. Hör. Ich bin im Bild. Er hebe deinen Arm. Biss denn so, ja. Ich bin im Bild. Guck. Nein, das ist ein Delay. Das ist gar kein Delay. So. Ich muss mich im Bild konzentrieren. Ich muss den Controller bewegen. Ich muss laufen. Ich muss die ganze Arbeit machen. Der labert nur Scheiße. Ja, ja. Gar nicht. So. Ich bin die ganze Zeit am Kämpfen und versuch zu blocken. Aber klappt irgendwie nicht. Hab ich doch mal losrennen. Ne, ich bewege ja kommen. Soll ich mal hier bin? Ja, ich schick mal, dass ich einen linken Arm dann bin. Ach, Quatsch. Drück mal L2 zum blocken. Jetzt. Zu spät. Wunschmatche. Du hast ein Karab, viel Spaß noch. Alles klar, Zeiss. Zeiss. Zeiss, mach's gut. Schönen Arm noch. Ich mach's mal auf jetzt. Die dürfen wir mal den Scheiß-Katroller verschieben. Ein blindes Match steht da. Ein Blind Match? Wie? Kein. Kein, kein anderer träger Blind Match. Also wir sollen die Augen zu machen. Wie soll ich das? Boah, hast du schon gewonnen? Ich seh dich. Hast du schon gewonnen? Ja. Ihr müsst uns dann sagen, in welche Richtung. Ja, ja. Wir können ja nicht lesen. Wenn wir die Augen zu haben. Stimmt ja. Aber wir können telepathische Kräfte einsetzen. Da hat die Filme doch gegen uns gemacht. Echt? Wir können telepathische Kräfte einsetzen. Da steht was. Ein zockt blind. Der andere muss ihm sagen, was der... Ach, bist du. Das ist ja geil. Das ist eine gute Sache. Das ist wie Fahrrad fahren. Guck mal X, bitte. Der Onkel kann nix. Wenn man den einmal an den Controller lässt, ja. Aber schiss aber trotzdem. Was ist denn? Ja. Das hast du... Mach mal so. Mach mal so. Guck. Hat er gesehen? Damit hat er Bären erledigt. Binnie Puh. Da kam er. Hat sein Quieterstoff dir geklaut. Schreien Sie sich mal fest. Oder? Ja, das ist schlimm. Alter, wir werden wieder meinen Bulli anziehen. Dann es wird kalt dann. Das ist jetzt ein Bild, oder? Nein. Da ist nicht ein Dachbilder. Da geht es noch zu. Ja. Lass mal kurz lüften. Ein paar Sekunden. Habt ihr warm, bitte? Ja, warm mal kurz. Ich bin, äh... Ich bin, äh... Der warme Haucher. Der ist... Der ist super warm, der. Warmer Bruder, der. Hehehehe. Vom anderen Ufer. Ey, ich hab da so... Und ich hänge mitten drin, ja. Das ist die warme... Die warme Ader ist das. Die warme Ausstrahlung. Warme Ader. Ja, die... Du Schatz. Ich soll die Klappe halten, ja. Wenn ich nicht mehr weiß, wo ich saß da, sollte ich einfach ruhig sein. Ihr braucht doch Herausforderungen. Ja, machen wir. Also ich, äh... Du spielst... Warte, warte mal. Wer sagt denn was? Du musst doch mal eben sagen, wer was macht. Einer muss ja gucken, der andere muss spielen, ne? Das heißt, du musst dann so sitzen mit den Kontrollern. Ja, jetzt wär am besten. Ja, dann müsst... Dann sollte ich am besten spielen, damit ihr Onkel im Bild habt, oder? Warum? Warum? Mal gucken. Ja, das kann man ja anfangs so machen, und dann drehen wir's nochmal rum. Ey, Wano zockt blind, und Onkel muss ihm anweisen. Dann bist du im Bild, okay? Ja. Aber das ist nicht gegen Legende, oder? Ja, machen wir's sehr schwer, okay? Weil sonst... Der blockt ja alles. Hört sich gut an. Ey, ihr seid gut, ey. Ihr seid echt nett. Echt nett nett nett. Denkt an das Gewinnspiel, Leute. Nur für euch. Zwei Kays. Aber für... Also pro Person. Nicht zweimal denselben Kays. Das wär Quatsch. Das ist eine Schuss. Das könnte ja sein, dass er sich klont oder so, und das Zweinamen drin hat. Boah. Das ist richtig angenehm, wenn wir hier mal die kühle Luft rechnen. Machen wir's jetzt voll zum Affen für euch. Jetzt... Jetzt macht der Onkel das mal hier so gleich. Haha. Mach mal. Weiter. Gefällt dir, ne? Ja. Ja, warte, ich nimm's auch auf. Er schafft's immer wieder. Jetzt nimmt er's auf, dass er sich dein Schädel zum einen nicht spotten kann. Mach jetzt. Wäre ich irgendwelche Wünsche von Matches? Ne komm, keine Wünsche noch von Matches dazu. Das wär ja... Wünsche? Was seid ihr Drecksäcke? Oho. Schwer, okay. Doch, schwer. Schwer ist okay. Schwer ist gut. Aber nicht legendär. Legendär ist so kacke, weil die blocken ja alles. Aber Andertäker vor ist kein... Also, wir nehmen Andertäker, okay? Sind wir Andertäker? Sprech. Pardon. Sind wir Andertäker? Wir nehmen Andertäker. Der mit dem Hut. Andertä... Ne, unhöflich. Wieso unhöflich? Wir nehmen Andertäker. Ach. Ich hab was geguckt. Der ist gnädig. Wir machen grad Pause. Unhöflich. Wir machen auch immer mit dem Handy. Also, der Hunk ist in Netto. Da gibt uns... Ne, ne? Das ist gnädig. Da gibt uns wirklich... Fähres Match. Weil Sachsen Gaming... Da hätte ich jetzt schon wieder... Was weiß ich... Und Scheiß. Man nennt jetzt schon gegen Andertäker. Du bist jetzt grad der Ford. Ne. Du, boah. Alter, guter Fenster. Aber wie sehr lange, lieber Gott. Ne, ich muss ab und zu aufs Handy gucken, weil ich nämlich noch... andere erwarte, die ihn auch noch mit gucken wollen. Und ich soll dem Bescheid sagen. Daneben. Und die wollen mir Bescheid sagen, wenn die dabei sind. Boah. Steht denn hier aufs Pärtchen. Kannst du schnell in Ark kommen. Black Brother rastet aus. Und macht alles kaputt. Das sind grad bei euch. In der Base. Krass. Oh, jetzt kriegt ihr jetzt Match Gone mit. Das ist euer Wunschmatch. Das müssen wir anders machen. Ach, schade. Das ist blöd, wenn die angegriffen werden. Gewated. Aber wenn da nicht mehr wie zwei Online sind, dann können die doch gar nicht angreifen. Ne? Echt? Mit drei Waren angreifen. Na vier Tiere. Ne, bei zwei Mann können sie mit vier Waren angreifen. Boah. Das macht wieder Kippe. Wenn der Pups weg ist. Weck ist lang. Stieg überhaupt nicht. Weiß nicht. Ich hab nicht geschnüffelt. Ich nicht. Du bleibst. Ja, sauber. Find ich cool. Er bleibt. Er hat gesagt, der andere sagt, er kommt, aber ich nicht. Das heißt, er bleibt und guckt zu. Er hat gesagt, ich nicht. Weil ich gesagt hab, der ist nett. Und lässt sich auch gute Matches. Ach so, ich nicht. Ich hab verstanden. Er bleibt und guckt. Wo bist du? Bin in Chen. Kommt gleich wieder. Kommt gleich wieder. Okay. Ja, wir warten auch. Machen wir bitte. Genau. Machen wir mal kurz die Pause. Ist ja euer Mensch. Ich glaub ich gar nicht so schlimm, meine Pause zu machen. Genau. Dann halt einfach mal ein bisschen erzählen. Und nachher gibt's noch Mortal Kombat. Das ist cool. Darf ich mal kurz die Spiele gucken, was du hast? Ich erhebe mich mal eben. Bin ich noch ein Bild? Da musst du mal... Ja, du musst... Watch Dogs, oder? Ich hab ja das Bier nicht umschmeißen. Na gut, Cola mit nem Schuss. Magic is all. Call of Duty Ghosts. Das wär natürlich auch cool. Second Sun ist einzeln. Knack sagt mir nicht. Mortal Shuttle. Battlefield. Mad Max. Diablo. Diablo wär geil, boah. Was ist da versteckt? Was ist da versteckt? Guck mal. Das ist nur eine Hülle in der Leere. Ne, da ist ein Spiel drin. Okay. Dann gucke fällig doch. Ich hab keine Ahnung was das ist. Die anderen Hüllen sind auch alles das Spiel drin. Das ist eine Pille. Der Batman. 15. Deutscher. Da kannst du schon mal Mortal Kombat mit runterholen. Leute. Man muss das bei, glaub ich, die Hülle abziehen, dass ich das nicht sehen kann. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Das ist schon cool. Ich wollte die Hülle aufklappen, das ist cool. Ich soll die Hülle aufklappen. Jetzt guck das mal an. Du sollst das ankommen. Die Seite sollst du dir anklatzen. Boah, Leute. Schaut euch das an. Er ist allein. Er ist es. So geil mit dem Delay. Das gefällt mir. Ach guck mal, der fragt gerade. Ja, wir spielen das dann. Ja, machen wir auch noch. Oder machen wir erstmal hier ein paar Challenges drauf. Ja. Ich muss aber gestehen, Onkel hat es schon durch wahrscheinlich. Die Kampagne schon tausendmal. Und äh. Er spielt ja auch Mix 10. Was heißt das? Mortal Kombat 10. Ja, ist Mortal Kombat 10. Und ähm. Ich hab's noch nicht gespielt, aber ich werd's schnell rausfinden. Einfach Knöpfe drücken. Ein bisschen Kombination machen. Ich krieg auf dem Kontrollen und erhaut sich zurück. Du musst schlagen. Gleich ist das Steelbook kaputt. Achso. Ja. Wenn du das vorliegst, kannst du aber richtig sagen. Ich hab' ein lustiges Video. Warte. Ich hol' jetzt ein Handy mit ein lustiges Video. Ich hab' ja auch Steelbook. Geht auch nicht schlecht aus, ne? Das ist geil, ja. Mal kurz gucken. Ich zeig' euch jetzt ein lustiges Video. Achso, du hast ja selber. Achso. Das war mit dem Schwarz und der Weißen, wo der den Laptop so... Hast du mir das nicht geschickt? Hm. Das war ein Video von Onkel. Habt ihr das gesehen? Message. Message. Der Lied, oder? Hat der geflucht? Noxi, was hast du denn von der Scheiße gemacht? Ah. Ist er rausgeflogen jetzt? Er hat groß geschrieben und mein Bot sagt, groß schreiben ist nicht erlaubt. Achso. Hat er gleich zweimal geschrieben. Biete mich gerne... Jetzt ist er erst mal... Na, das war dieses Video. Konntet ihr das sehen? Noxi, ich glaub' du wurdest jetzt... Wurden jetzt deine ganzen Message gesperrt? Jetzt kann er halt wieder schreiben. Ich hab' doch grad gesagt, ich zeig' euch ein Video. Handy weg, Junge. Das war das Video, da musst du ja zeigen. Ich zeig' das immer ohne Handy machen. Doch, das war cool. Mit dem... Passt mit der Hülle. Können wir das jetzt... Die sind noch weg, ne? Ja, ich geh' mal noch ganz schnell rum. Hast du noch Knochenreste von deinem Vorgänger drin, ne? Ja, ja. Bis gleich, Junge. Ich glaub' ich brauch' nachher erstmal ein Energy. Obwohl, wie spät haben wir eigentlich? Hat der irgendwo ne Uhr? Hat einer ne Uhr hier? Kann man ja sagen, wie spät wir haben? Keine Uhr. Mein Handy ist fast leer, ich muss gleich mal aufladen. So. Ja. Der hat auch Werbung, glaub' ich, Block drin. Wenn du eine Werbung machst, kriegst du auch raus. Ganz komisch. Zu viel. Ist wieder da? Die Soße ist festgekommen. Die war flüssig. Mögt ihr auch Resin Evil? Klar. Ich hab' den ersten gezockt, den zweiten Hallo. Machst du das jetzt im Publikum? Mach du. Warum stacher? Ach, das ist geil, Mann. Hab' doch Mund zu. Ich wollte da meine Zähne putzen, Leute. Ich hol' gleich meine Zahnbürste. Was hat er geschrieben? Ach, ah, danke. Einer neunze. Krass, wie die Zeit, was geht? Wir haben um halb zehn angefangen, ne? Jetzt haben wir schon... Boah, Leute, das ist Wahnsinn. Livestream ist hier... Ach, guck mal, den Pap guck auch noch. Ey! Sauber. Na, ist spannend, ne? Einmal was anderes. Cool. Ja, wenn der rum total wortzocken wird, dann warte ich auch. Aber das ist auch zu langweilig. Da hast du ja so viel Action, ne? Habt ihr jetzt irgendein Wort verstanden? Der war gut. Da kann ich ja lieber was draus sagen. Der war gut zum Wohl. Ich hab' nichts verstanden. Oh, ich küsse auch noch da. Ich glaub' bloß ne Warnung. Was? Was? Was für ne Warnung? Ach, da oben. Mein Lok, der hat ne Warnung bekommen. Doch, das ist nicht gebannt. Er kann... Ach so. Okay. Ich wollt grad sagen, Warnung. Ach, er hat Bomber, die... Weil, oben steht auch Message Deleted. Deswegen. Alles gut. Danke fürs... Scheitsagen. 1.19 Uhr. Los geht noch. Das ist gut. Ja, Sargent, bist du jetzt wieder da? Ne, der ist noch arg gezockt, ne? Crashy, wir wollten noch einen Landschaftssimulator machen. Hast du bestimmt schon wieder durchgezockt worden. Wollen wir jetzt ein Baumhaus, oder? Landschaft... Landwirtschaftssimulator. Das hat hier so wie... T-Con. Ach, da oben. Cool. Hast du das nicht mal gewonnen? Cool. Ach, apropos gewinnen. Ihr könnt heute was gewinnen. Keinen McDonalds Gutschein. Nein. Jetzt erzähl. Oh, du wirst zu sagen, habe ich euch heute mal gesagt. Ja, das ist doch schon lange her. Es ist wieder neu da. Erzähl. Ihr könnt gewinnen. How to survive. 2. 2 Mal. Nein, für jeden einen. Aber ich weiß deinen Link nicht, was du reingeschrieben hast, wenn du... Oder war es deine E-Mail, ne? Du kannst ja mal die E-Mail schicken, ob du schon irgendwelchen Namen hast. Onkel. Zähl mal. Nö. Machen wir den zum Schluss. Ach so. Oder? Sollen wir gucken? Ja, einfach mal so, nur für uns. Ohne, dass ihr davon was mitkriegt. Hehehe. Wir schauen mal schnell in die E-Mails, ob wir schon die Leute geschrieben haben. Wenn sie ja bloß zu viel sind, brauchen wir dann vielleicht auch gar nicht den Zufallsgenerator. Ja, bis heute Nacht ist ja noch. Aber ich glaube, es sind mehr. Ich bin gespannt. Wir sind jetzt gerade auf dem Monitor. Wir sehen das. Oh, oh. Drei Stück. Für How to survive? Echt? Aber das ist doch gar nicht so anfordernd, das Spiel, oder? Ich weiß ja nicht, wie das hochgetakt ist, weil der sagt, sein PC ist zu schwach. Glaube ich nicht. How to survive? Glaub ich nicht. Ne, glaube ich auch nicht. Macht kann da... Und dann hast du es. Alles, was du hast zum Steam, was kostenlos ist. Und du musst ja nur die Frage beantworten. Die Frage lautet, mit wem er das gespielt hat, ne? Leider ist eine Antwort falsch. Ich möchte nochmal ganz kurz darauf hinweisen. Ich gebe nochmal... Ich gebe nochmal... Die Frage war, mit wem habe ich How to survive die Storm Warning Edition Let's Played? Nicht How to survive 2. How to survive die Storm Warning Edition. Ist ein bisschen älteres, ne? Wer die richtige Antwort gibt, gewinnt einen How to survive 2 Key. Einen von zwei natürlich. Wie viel waren es jetzt? Zeig gut mit den Finger. Es waren drei. Drei? Drei Leute. Also ihr könnt euch noch machen. Ja. Leute, schaut mal. Ihr wollt das Spiel da haben. Gibt's okay. Gibt ein K. Schattet ihr, Chris? Kommt ja schon kaum zum normalen Spielen. Ah, wegen dem Landwirtschaftlichen... Ne, der PC wird nicht zu schwarz sein, glaube ich nicht. Das Spiel ist nicht so einfach. Irgendeiner wird jetzt ganz schnell gucken, was er jetzt... Ah scheiße, scheiße, falsche Antwort. Ja, ad a...ne falsche Antwort, ja. Ganz schlecht. Ich gebe nur Tipps, ich will ja das alles gewinnen. Ja. Haha. Zwei von zwanzig freuen sich dann, ne? Weil das... Ja. Tja, keine Ahnung, ich glaub, der wird länger bohren als fünf Minuten. Sagen wir, habt ihr noch irgendeinen Wunschmatch, wer grad da ist? Dann haut raus, dann fangen wir schon mal an. Ich werd's wieder zocken. Genau, machen wir jetzt mal einen Wunschwunsch. Ja, hier, Honk. Hast du Bock? Honk. Lass uns mal Dings machen. Elimination Jail machen. Ja, aber dann... Ja, gut. Bis der Satz schon wieder da ist. Was piepst da? Ist das die Katze? Die haben einen Krampf gedrückt. Nein. Ich hab erst ein Bier mit Cola auf. Gut, oder? War aber zufällig. Komm, los. Zufällig? Verkehrt rum. Ich hab mich schon dran gewöhnt, jetzt. Ach so, ich muss mich hier alles mal einstellen, ne? Mhm. Zufällig. Drei Mal draufste. Wenn du das nicht gefällt, kannst du nochmal. Einen letzten Versuch hast du? Darf ich dann nochmal zurückgehen auf den, den ich gedrückt hab? Warum? Ja, wenn ich jetzt drück und der gefällt mir nicht, aber der Mark Henry gefällt mir, kann ich dann nochmal zu Mark hängen? Okay. Alles klar, Mark Henry. Okay, dann nimm ich jetzt dran. Kann ich ja Progleichs noch nennen? Okay. Haha, nimm Mr. McMahon. Mäh. Ich muss Mark Henry suchen. Ich hab den ersten vergessen. Na, wann heißt Link? Nimm den, der ist gut. Na, guck mal, da liegen genau unsere Bilder drüber, wo wir jetzt gerade Wrestler anschauen. Äh, Hunter aus Temsley. Link bitte nochmal posten. Machen wir. Achso, vielleicht hätte ich das, ah, Entschuldigung. Was? Wir sind schon langsam durch. Ah, die Adresse bitte, die Antwort. Ja, sorry. Hm? Ich hatte vergessen, die Adresse rennen. Ich hab vom Gewinnspiel geredet und vergessen die E-Mail Adresse rennen zu rennen. Warum machst du das? Warum machst du das? Dreh den Controller vergessen, dann weißt du, dann vergisst du sie. Ich werd mir mal diese Adresse hier rauskopieren, dann brauch ich die bloß. Und mal einfangen. Boah, ist das lecker. Boah, ist das lecker. Erst noch mal vielen Dank, liebe Leute, dass die alle so fleißig zuschauen. Finde ich echt toll. Also ich hatte jetzt am Anfang, ich nehm Dings. Den ich am Anfang hatte. Weil die Scheiß immer Hunter aus Temsley und Bäh, immer dieselben. Ich hab Mark Henry, hab ich noch nicht gehabt. Nein, 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 nein. Was? Was? Den hatte ich am Anfang. Ja, wo? Wie, wo? Hast du Zufall genommen? Hm, du warst dabei. Ich hab das schon. Ich meine hier Zufall genommen. Ja. Ach so, ja. Ist doch cool, oder? Hast du Zufall genommen? Ja. Nicht eins oder so. Nein, Zufall. Okay. Ähm. Gegen den Körper? Zufall. Ne, drück einfach 4 und dann nix. Egal. Okay. Zufall. Du? Ach du Scheiße. Ja. Ja. Ist doch jetzt nicht euer Ernst aus. Er war echt den Rein, der Mittag. Ja, das ist legendär. Ja, du. Boah. Boah. Guck mal, die weißen Zähle. Wahnsinn. Guck mal, die sind immer weiß, die sind immer schwarz. Schau jetzt. Raus. Drei schwarz gegen zwei. Ne, drei drei. Warum drei? Ja, der ist auch weiß. Ach so, die Zähne. Ne, der Golders ist immer weiß. Ach, da bin ich, ne? Ne, ich bin der Fette. Cool, da kommen wir uns echt mal so entspannt zurückgucken. Wie lange dauert es das? Drei Stunden, bis der nächste reinkommt, oder? Hm. Ich glaub ne Minute dauert. Ja, hm. Machen wir gleich wieder auf Kippe, oder? Ich muss meinen Pulli wieder anziehen. Ich zieh meinen Pulli an. Jetzt bin ich grad echt kalt. So ein Weichei, ein Übrück. Ja, ist kalt. Das ist kalt. Und wenn er mir wieder zu warm ist, dann zieh ich ihn wieder auf. Warum bleibst du denn da gleich sitzen und legst dein Pulli dort hin? Schließt immer wieder auf und schließt da hin. Ja, das muss ja nicht sein, dass ich mich vor euch hier so, oder aus dem Holz, aber jetzt gehe ich halt zurück zurück. Scheißegal. Schade, der Onkel macht das. Dann wechselst du nur da so. Hast du gerade eine Autose gewechselt? Ja, hab ich. So, zwei, eins. Wie nicht jetzt? Erstmal gucken. Also, Elemission scheinbar ist, da seht ihr schon, nach der Zeit kommt immer wieder einer rein. Und wenn einer gepinnt wird, der ist raus. Ein bisschen denn nur einer. Da oben steht was. So hat er mitgemacht. Ja, cool. Und dann drück ich hier die Daumen. Und wenn du es richtig hast, bist du nachher dann in so einen Topf, wenn wir Ende sind. Und also hier mit so einem Computer wird es ausgerechnet. Und zwei Gewinner kriegt jeweils einer ein K. Auto Survive 2. Ein geiles Spiel. Was gerade noch ein bisschen verpackt ist leider. Das Problem ist, dass ich bei einem nicht weiß, oder bei zwei nicht weiß, wer das ist. Ihr müsst euren Namen dabei schreiben, ne? Oder auch einen Nink oder sowas. Wäre schon ganz nett. Ich bin dabei! Ja, wer ist denn das? Ja, vor uns stand nämlich in der E-Mail die Namen von dem, wie er wirklich heißt. Und da erkenne ich das ja gar nicht. Scheiße, verdammt. Da wäre ja geil. Unbekannt. Ich melde mich live. Jo, ich möchte gerne mitmachen. Ja, aber da steht halt einfach den Vornamen rein. Und dann kann er ja so schön anstunden. Ja, oder Nick. Oder einfach, dass wir euch finden können bei YouTube. Ja, stimmt das nicht. Seid ihr angemeldet. Wer hier schreiben kann, ist angemeldet. Ja, ja. Warum? Ne, alle drin sind wir doch nicht. Ja. Aber ich spiele jetzt nicht. Vielleicht spielt mein Papa ja auch mal, wenn der heute so weit ist. Ist so Diablo-mäßig gehen. Aber ich glaube, das ist nichts. Und das. Doob. Bin ich jetzt eigentlich schon drin? Ja, ist doch. Der ist da? Ah, sauber passt. Da findest du den. Dich, fand. Dich, fand. Dich, fand. Ah, sauber, passt. Dich, fand. Ach, nee, ne, nicht. Kaum sind mehr Mangel. Dich, guck. Ah, es gut machen wir sie müde. Jetzt kommt einer von uns beiden, hä? Ich bin gerade verwirrt. Das kommt nur noch einer. Wo sind wir denn? Ich bin gerade verwirrt. Das kommt nur noch einer. die erste so ich bin ich bin drin die Kontrolle ich glaub gar nicht was ein Erlebnis das ist ich hab den Cain gerade auf die Stahlplatte klatschen das ist Prozent es ist wie gesagt wie er das sind ganz viele Zungen die muss man dann wegführen nee lass ihn rausschmeißen aber dann hab ich ja dich sofort wieder als Gegner außerdem will ich die cover oh du darfst es nicht voll dampf mich voll das ist cool so sind schädlich ne das ist nur Dampf achso ich hab noch ne Frage du kannst ja den Dampfgerät also diesen iJUST kannst du den auch nochmal an der Stärke drehen da ja da zeig das mal an die Kamera da wirst du nicht wissen wie man das dreht da kann er gleich zugucken oder bis jetzt drin machen wir gleich dann sei gut das mal mit dem drehen man kann damit was einstellen was ist das denn mehr Dampf mehr Dampf oder ist es einfach nur mehr Nikotin was reinkommt mehr Dampf ne ich kenne mich doch mit dem Scheiß dann nicht aus ich weiß nicht was kannst du eigentlich du hast gesagt du kannst was einstellen stärker halt dass mehr Dampf kommt in dem Dampf ist Nikotin ja das ist mir schon klar also Dampf könnt ihr da regeln das ist cool das ist nicht mehr Dampf aber ist der Kopfschneller verbraucht höher höher und dadurch jetzt steht halt mehr Dampf und mehr Akkugebäck und mehr Akkugebäck aber ist besser als Zigarette ja ja das ist super zwei Wochen bis heute ist Samstag zwei Wochen ohne Zigarette ich muss nur X drücken ich bin ich bin ich bin du willst du dich gegen mich kennen ja warum kämpf ich überhaupt gegen dich jetzt geh mal weg such dir mal einen anderen jetzt nimm den schwarzen ja du nimmst du den kleinen oder was wieso den kleinen jetzt greif mir doch nicht an ich will den anderen nehmen ich will den Schwarz nimm den weißen warum kam hat der ach so der geht gar nicht raus aber der spielt ja auch in meinem Kopf ich weiß ach so hat der schon so was super ist in Ordnung super cool ich hab ja das Gerät hier rausgeguckt ja ja der Onkel hat hier vier Dinger ne drei eins zwei drei Dampfdinger ja der ist der Bahn ne einzige Fabrik ist der Dinger das ist ja ruhig ja du hast jetzt 20 Stück davon weil jetzt mal einen kaputt geht dann lass ich gleich der gibt keins ab echt? also der benutzt die alle er hat sie selbst angesprockt alle 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 20 benutzt er alle auf einmal weil die Kühle überlaufen und dann kommst du in die Wohnung rein und dann kommt erstmal das ist immer die Wolke du bist du du willst du sagen komm bring doch mal einen mit aber du bist du nicht erinnert du kriegst doch eh geschenkt du kannst noch mal einen abgeben denn du kriegst doch boah ich die hochgebrochen alter die Sicht von von oben ist auch cool den ist nichts aber wir nehmen mal andere nehmen wir jetzt mal hier so einen so ein Abu hau ich jetzt mal weg Verruch oder so heißt der ne sie wollte gar nicht da hoch werden Abo? Abo? was willst du denn schon wieder hier? abonnieren ungeschlagen ich hab den Schiedsrichter gequält was wird dann? ok let's play doch mal was Resident Evil auf PC oder PC ehrlich ich hab dieses äh Resident Evil 1 mit dem Master wird angefangen aber und das dann bin ich einmal abgestürzt und dann musst du ja in diesen äh Schreibmaschine speichern jetzt muss ich da als er abgestürzt ist hat es nicht gespeichert jetzt muss ich da fast eine Stunde wo ich den Zock da wieder neu machen muss die ganzen Rätsel wieder neu machen dann schade dass da keine Zwischenspeichern gibt aber ach so apropos es kommt gleich viel noch und dann bist du sowieso da hinfällt ich nicht ja stimmt ich muss aber nochmal ne machen das gefällt mir nicht was da ist ok es gibt Veränderungen im Kanal vom Onkel ja aber er wird noch also ist noch da jetzt nicht dass der Kanal weg ist oder so sonst hätte ich den Onkel schon behauen hm traum ist doch hehehe so jetzt leg ich es drauf ein den Kanal wird geschlossen Johohohohohohoh wartet Leute der Bild hier wird gleich rot ne ich hätte ihn schon dazu dazu gezwungen dass er wieder mitnimmt glaub mir das ja da weis gar nix du sollst nicha doch ich konnte doch da ist eine Weltgeschichte rum kann ich da nicht die erste gerade gestern der Schiedsrichter war gerade voll fertig hast du gesehen da müsste ich mit'n anderen Kamer und dann kam der wieder Ich muss grad gucken, wo bin ich überhaupt. Da, du, Barbi, Barbi jetzt bist du dran. Ne, ich mein, vom Namen her, weil da stehen die Namen, da steht was. Guck mal so. Ist doch irgendwie einfach das Spiel. Ja, einfach ist es, klar. Das soll jetzt in Evil, ja. Ja, nur doof halt. Wie gesagt, ich hab's da jetzt Played, ganz viele Stunden gespielt, da ist abgestößt, das muss ich alles nochmal machen. Aber dann kam jetzt Fallout 4, das und das, und dann hab ich das angefangen. Mal gucken, ob ich dazu noch komme. Das ist ja noch angefangen. Ich bin glaube ich bei, irgendwo vor der Spinne bin ich, vor der großen Spinne. Müsstest ja kennen. Hm? Ich fand, was in Evil 3 fand ich cool, mit Nemesis wieder dann, damals auf der Playstation. Ich hatte die deutsche Version, da haben die Gegner sich noch aufgelöst, also die Zombies. Und war schwarz-weiß gewesen, ja, ich konnte mehr. Das ist mir dann mal irgendwo anders herbekommen. Dann hatte ich dann mit der Farbe gehabt, die englische Version. Ja gut. So, jetzt muss ich mal erstmal hier wegklatschen. Aber ich freu mich auf Mortal Kombat. Weil das hab ich ja auch noch nicht gesehen. Ja, wir müssen ja noch aufs Rentschen warten, dass man unser Challenge machen kann. Ja. Die Verkehrsrinne. Ja. Und dann! Ja, der ist nicht raus. Zwei. Der ist raus. Ach, der ist raus. Die Gehen ist weg. Oh, das war sie nicht. Ja. Warte. Ich hab schon raus. Da kommt das Zero als... Oh, Zero auch. Okay. Da gab's doch noch Codeware Oneika, ne? Ob die das auch nochmal neu machen? Aber das gab's ja glaub ich nie mehr. Ob welche Konsole waren das nunmal? Doch das gab es auch auf der Playstation, ne? Code Oneika. Was ist Gamecube? Ich mein Gamecube, aber ich kann das... Ich hab das damals gehabt auf Gamecube. So. Vielleicht weißt du das, ja, Code Oneika. Auf der Gamecube gab's auch eins. Das gab's ja damals auch nur auf der Playstation. Ja, das war... Das war... Erstmal kommt der zweite Teil auf Radio. Ja, drei hat er auch, oder? Mit Nemesis? Erstmal kommt die zweite. Ja. Das ist schon... Die ist auf jeden Fall schon bestätig. Mit der Polizeirevier die ganze Zeit, ne? Die Polizeirevier. Dem Polizeirevier. Okay, dann hast du dich raushauen lassen. Ich bin raus? Mit der... Weiter die ganze Zeit klatscht, oder? Ich hab' gelesen. Oh. Echt? Ich bin raus? Ja. Kann ich nicht meinen Namen? Seht du auch? Oh, hast du ganz knapp. Scheiß, jetzt hab ich dir aufgepasst. Das weiß ich nicht. War da oben. Hab da einen YouTube-Channel aboniert? Ja, das ist nix. Danke, ja. Cool. Ja, also Onkels, oder? Oder meinen? Die muss der KB wegenfangen. Ja, die sind ja jungen. Guck mal unten in die Liste. Da steht irgendwo Rivano LP. Das ist sein Kanal. Ich hab' noch einen zweiten Kanal. Dann mach' ich Kanalvorstellungen. Dann, wenn du einen haben willst. Also, ich hab' jetzt schon eine lange Liste mit Leuten, die noch kommen. Aber wenn du gerne mal vorgestellt sein möchtest. Hilft auf jeden Fall ein bisschen. Willst du denn, ob du überhaupt einen Kanal habt möchtest? Ja, doch gesagt. Ich hab' auch einen YouTube-Kanal. So weit hab' ich jetzt gelesen. Weil jetzt jetzt richtig war. B2 kommt nicht als HD-Sticker. Boah. Der Onkel Weißer, der arbeitet mit denen. Der kriegt doch die Spiele zum Geschick. Und die ganzen Leute. Boah, bestätigt. Kann auch sein, dass sind ja geändert worden. Boah, bestätigt die zwei. Kann sein, oder? Ja. Kann sein, oder? Ja. Kann sein, oder? Kann sein, oder? Ja. Die komischen Kinos rausgehen, oder? Ja. Ja. Es wird komplett neu gemacht, ok? Ja. Wo sind die U2? Ja, steht es wirklich bald neu gemacht. Wenn der geschickt anplanen wurde. Ja, aber du machst es halt, ne? Ja. Oi! Gut. Na ja, warte. Das ist heute so gut. Das ist heute so gut. Nice, hausend. Wow, nice. Das ist heute so gut. Ähm. Warte, kommen wir das? Ähm. Ja, wir machen auch noch die Challenge bei den Kontrollern. Aber ich will nachher auf jeden Fall noch was mit dem Controller machen, oder? Ach ja, einer dreht hinten. Das wird lustig, oder? Oh Gott. Du musst die ganze Zeit quatschen mit so einem Verrückten. Hab das was gibt? Hab wir da überhaupt ne Chance haben? Ja. Sehr schön. Nee. Ach, schwer. Müssen wir noch nicht mal sehr schwer machen. Aber nicht so wie Mewmake oder Zero. Okay. Ja, ich finde Resident Evil war eigentlich alle gut. Also Resident Evil 5 hat mir gut gefallen, 6. Äh, welches war das mit den, ähm, sowas wie Battlefield aufgebaut, wie mal so 4 Charakterspiel war's. Wacken City, glaub ich, hieß das, ne? Glaubst du das? Das war was. Ja, das war das Schlechteste von denen, was ich bis jetzt mal weiß, nie hier gespielt hab. Da kommt ja auch ein Zweiter raus, ne? Das war schon. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Und wie gesagt, wegen der Kanapverstellung kannst du überlegen, ne? Kann ich machen. Ich hab wohl ja auch so ein bisschen. Ist das lang, muss man wieder anfangen jetzt. Wenn ich dann morgen vom Onkel nach Hause fahre, dann werde ich mal wieder welche machen. Oh, lang. Oh, lang. Oh, lang. Oh, mein Internet ist so schnell. Das ist halt das Problem. Ich hab bald nicht die Onkelleitung. Signature! Und BAM! Schön! Ist er weg? Ja. Ja. Ich brauch auf jeden Fall gleich einmal Werbung machen und Bier noch. Mein zweites, ne? Helfen wir machen. Ja, was? Werbung? Werbung? Okay, ich komm da. Was? Trink Cola von Willig. Ich mach keine Werbung. Ja, du weißt, was ich mein. Wenn wir uns erholen, ausruhen. Du mal, hey, wenn du sagst, du mag eine Werbung, dann kann ich dich dir auch folgen. Warte, was? Die Onkel bekommt Presseversion. Deiner ist schon. Oh, danke. Cool. Deiner. Oder meiner. Ja, ich bekomm Presseversion. Gut so. Onkel nimmt mich auch bald mit. Er weiß ja jetzt, dass in Köln die Games kommen. Und dann schläft er bei uns vor. Immer den mit in den Keller. Den da. Da brauche ich Bier. Die ganz besondere Kellerstelle. Ah, werden wir schon kaufen. Oh, fuck's noch Dill mehr. Von billig Bier von Aldi oder so. Nee, Quatsch. Kiss Kölsch. Ich mag ein Bier. Die gibt's mich nicht. Jetzt kommt der nächste. Jetzt ist gekriegt. Onkel gegen zwei, meine Lieben. Und weg. Wow, bis gut. Der Onkel gegen zwei gegen einen blutenden Cain und die Glatzköpfe vereinen sich grad. Die Halbglatze. Oh, nee. Ist das der Promotion? Äh, nee. Mein Kanal heißt Rivano, der Kanalvorsteller. Ist mein Kanalvorsteller. Und RivanoLP ist mein Hauptkanal. Mit Zocken und so. Das stimmt aber auch. Promotion Channel auch. Ah. Promotion Channel ist irgendwas anderes. Kennen wir nicht so, ne? Also vom Schlammer. Wir haben auch keine Ahnung so vorgestellt. An mir steht einfach, du kannst auf meinen Kanal gehen und dann bei den angesagten Kanälen ganz oben steht da drin. Revano Kanalvorsteller, runterkommt dann Onkel. Wow. Und geschwäst schon, der Schöpfelig. Schöpfelig, Onkel. Schöpfelig. Achso. Suche Promos von Resident Evil. Was heißt Promos? Promos? Vorsteller? Wird's grad überfragt? Ist das, was ich bekomme von der Presse. Presse muss daheim. Achso. Ja. Vielleicht mit Sony flirten. Dann schicken wir den auch alles so. Vielleicht ziehen wir das... Ja, ich finde, wenn man so den Let's Play-Kanal hat, kann man eben auch nicht alle Spiele preisen. So. Ich hab auch noch jede Menge geile Spiele rumliegen. Aber ich komm, ich kann mich auch nicht sagen. Scheiße. Soviel Zeitaufwendig. Fahrkünstler. Schaust du. Boah. Puh. Was ist da zu rein? Du musst dich konzentrieren. Da kann er dein Reden nicht hören. Was? Wie hast du gedacht? Oh. Ja. Tschüss. Ne, ist noch was gekommen. Boah. Fuck, der Krimi. Ah, leg and dairy. Leg and dairy. Hm. Na, das ist schlecht. Wenn du da so stehst, dann kann er dich hinten packen. Na, die Scheiße. Singermond, Mexiko. Das ist eine Aufgabe. Der kann sich aber blocken. Ah, der lässt dich in Ruhe. Fuck, eine Sau. Der könnte dich ja zerstören. Hä? Wenn er vier drücken würde, dann würde er dich ja da rausholen. Hm. 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 Woher sampai mal nicht, der müsste sein Bisschen. Warum meinen denn, ey, warum waren wir aber in die Mission zu bringen? Ja, klar. Ja, genau. Ich k- Ja, Mann. Oh. Ich k- Ich k- Ja, genau. Ich k- Ich k- Ja, genau. Wach du observern. und schau! Eins, zwei... Stammgottes Rausch! Jetzt bin ich strammend drin! Onkel gegen alle! Onkel gegen alle! Komm schon! Ihr Onkel gegen alle! Komm mal wieder her! Jetzt lasst das Handy in Ruhe! Lass schon mal Handy! Wahnsinn! Wahnsinn! Ah, das stimmt! Ach, das stimmt! Ich finde es ein Job toll! Ja! Bär! Boaz und Starlight ist ein bisschen gewonnen! Ja! Tiefkult! War ich nicht! Drehbitte den Kontrollen! Drehbitte den Kontrollen! In Brosten daumen! Ja, komm, dann machen wir jetzt die Challenge einfach, weil... Ist niemand weiter! Fünf Minuten hat er gesagt! Kriegen wir Bier! Hat ja einen geheimen Vorrat, ne? Gibt es auch noch eins? Mhm! Ist doch noch voll! Warum willst du denn noch eins haben? Es ist da! Boah! Zeigen jetzt echt ein Replay, wie ich in dem Schaf stehen drin stehe! Mach's drauf! Danke! Boah! Ich zeig den Wiener, wie ich in dem Weg drin stehe! Haha! Das war so gut, dass der Onkel da drin stand! Das fand ich so geil! Dass ich das schon da geil fand! Ich find echt cool, dass so viele Leute zuschauen und Spaß haben! Mir macht das heute auch richtig spannend! Oh ja! Aber Onkel mal zu besuchen! Heute das erste Mal da! Ich hab jetzt gerade gemerkt! Hat er schon gefragt, ob ich hier einziehen möchte! Irgendwas schmeckt hier verbrannt! Hast du wieder angezündet? Ne, jetzt alle! Achso! Das kommt davon, weil du saugst wie so eine Saugschmerde! Das ganze Leben weggesaugt! Ist das meins? Nein! Das zweite Bier des Tages! Das zweite Bier des Tages! Hm, war schön! Hört nicht gut! Na? Kennst du die Videos von Resident Evil? Ich kann's nicht lesen! Was steht da? 1.5 Was ist das? Ich bin echt Resident Evil komplett! Das ist für mich ein Thema! Ich könnte über die Filmeregel gucken! Ich bin da echt! Na, die sind ja so schlecht! Ach, die sind ja so schlecht! Aber ich war in der ersten, der zweiten, war gut! Mit der alten Hütte da noch! Mit der erste, mit dem zweiten, wo die unterirdisch waren! Also das fand ich wohl mit in der Stadt! Ich soll dich jetzt leiden. Was sollst du machen? Du sollst sagen, ich soll sagen, ne? Ja, das heißt, ich brauche den Controller. Müssen wir mal kurz abmachen, ne? Hast du schon. Hä? Ja, hier, den Kabel. Ich muss mich ja umdrehen. Ich darf ja das Bild nicht sehen. Ich bin jetzt mal raus aus dem Bild, da steht noch was. Gute Nacht, ihr zwei Fischbörser. Ey, Noxi, mach's gut, schlaf schön. Und wir schreiben sowieso wieder bei WhatsApp. Ja. Cool, dass du da warst. Schwer, ja. Ach, die sind alle arbeiten, oder was? Was willst du sagen? Was willst du sagen? Ja, Resident Evil bin ich nicht so Fan von. Also, ich hab den ersten, ich hab mich nie so mit der Reihe... Der erste war geil, der zweite war auch noch cool, aber dann wurden dann die ganzen Mutationen und sowas... Ich fand das dann, ich fand das mit den Zombies cool, aber dann wurde es dann zu Monstern worden, naja. Weiß nicht, Sex war nochmal geil. Resident Evil 6 fand ich nochmal geil. Resident Evil 5 ist der größte Rotz gewesen. Naja, wegen diesen Eingeborenen, die mit der Axt auf dich los sind, ne? Überhaupt, die ganze Steuerung war jetzt verhunt. Beweiseuan. Das ist alles.